8. Dezember. Ist das nicht geil hier? Das ist jetzt 8.20 Uhr irgendwie so. Guckt euch das an. Das ist doch wieder der Hit oder was? Das kann doch alles nicht wahr sein. Stört keine Sau. Guckt euch das an. Könnt ihr das sehen? Ich gehe mal so ein bisschen aus der Sonne oder was weiß ich. Da, guckt euch das Elend an hier. Das ist doch gediegen oder was? Kann er nicht sein. Könnt ihr das sehen? Das ist doch unfassbar oder was? Gibt es doch nicht. Der schiere Wahnsinn. Guckt euch mal das Elend an. Das ist doch moving. Vielen Dank.